Schatz, was genau machst du da eigentlich? Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken, mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn, ja und du solltest dranbleiben, denn genau wie ich es im Titel schon geschrieben habe, meiner Meinung nach hat die Take-Two Interactive Aktie eine Menge Aufholpotenzial und bevor ich loslege, möchte ich hier ganz klar ein Statement machen und zwar, dass ich selbst auch seit vielen Jahren in Take-Two Interactive investiert bin und deswegen meine Berichterstattung natürlich gebiased sein kann bezüglich dieser Aktie und auch ein potenzieller Interessenkonflikt bestehen kann, wenn ich über diese Aktie berichte. Ich werde jetzt keine lange Geschichtsepisode nochmal machen zum Thema Take-Two Interactive, dazu gibt es ja auch bereits einige Videos, ich werde eigentlich in diesem Video nur vier konkrete Punkte mit euch besprechen. Wir werden einerseits so ein bisschen anschauen, was macht aktuell Take-Two Interactive, warum habe ich in diese Aktie damals investiert, dann werden wir uns anschauen, okay was ist da passiert, warum ist die Aktie von über 220 Dollar oder so oder 210 Dollar runtergekommen auf 150 Dollar in den letzten Monaten, was könnten dafür potenzielle Gründe sein, auch so wenn wir uns den Release des letzten Trailers angucken, wo ja die GTA 5 Version für die PS5 verlegt wurde auf März 2022 und dann werden wir uns natürlich so ein bisschen Chancen und Risiken anschauen, so wie meine tatsächliche Bewertung von Take-Two im aktuellen Marktumfeld. Also Take-Two Interactive, noch einen kurzen Überblick über das Unternehmen, gehört zu den Top 3 Gaming, Video Gaming Publishern in den USA, neben natürlich Activision, den größten und Electronic Arts und bekannt ist Take-Two Interactive vor allem nicht für seine Free-to-Play Mobile Games, hier sind sie zwar auch unter anderem durch Akquisitionen von kleineren Unternehmen am Versuchen immer mehr und mehr aufzuholen und auch mal wirklich globale, ja erfolgreiche Mobile Games zu launchen. Warum ist das für so ein großes Videospielunternehmen sehr wichtig? Nun ja, weil wenn man sich jetzt hier die Statistiken anschaut, PC Games machen ungefähr 24% der gesamten Umsatzverteilung von Videospielen aus, dann nochmal ungefähr denselben Anteil haben Konsolenspiele und schon 51% machen eben Mobile Games aus, also ein gewaltiges Umsatzpotenzial und Take-Two Interactive ist halt insgesamt aktuell noch ziemlich konsolenlastig mit 74% der gesamten Umsätze, die über die Konsolen, vor allem natürlich die Playstation, aber auch die Xbox und so erzielt werden und deswegen ist es natürlich für so einen großen Unternehmen vor allem sehr wichtig, jetzt auch im mobilen Segment hier richtig Gas zu geben und das tun sie natürlich unter anderem durch die Akquisition von anderen Unternehmen, aber so richtig bekannt ist Take-Two vor allem durch die Tochter Rockstar Games, die die ganz bekannten Reihen Red Dead Redemption und natürlich auch allen voran GTA, also Grand Theft Auto veröffentlichen. Mein ursprüngliches Investment Case in Take-Two Interactive im Jahr 2017 war, dass es eigentlich drei große Treiber für Take-Two Interactive geben wird in der Zukunft. Erstens die hervorragenden Brands, die sie sich vor allem mit Grand Theft Auto und natürlich auch Red Dead Redemption aufgebaut haben, wo es komplett logisch ist und konsequent ist, dass sie aufgrund von dieser Brand immer weiter und weiter expandieren können in der digitalen Welt, also ganze neue Welten schaffen können in Form von Online und so und dass diese digitale Welt eben für diese Unternehmen immer lukrativer und lukrativer wird. So dieses Investment Case kann man sehen, ist sehr 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 schön aufgegangen, weil wenn ihr euch jetzt mal die Nettogewinnmarge anschaut, also in dieser Spalte hier für die Leute, die immer nachfragen, ich nutze hier für dieses Tool das TraderFox Aktien Rankings Tool. Ihr könnt das aber auch bei Yahoo Finance oder bei Seeking Alpha oder bei ticker.com, auch bei anderen Webseiten kann man hier so einen Vergleich ziehen, aber wenn ihr euch jetzt hier beispielsweise die Nettogewinnmarge anschaut von Take-Two Interactive, die waren früher immer dann, wenn sie mal einen Release hatten, waren sie mal profitabel und haben dann immer so Nettogewinnmargen von im Schnitt oder also im Top so von 9 bis manchmal 10 Prozent erzielt, aber im Durchschnitt waren das eher so 5 bis 6 Prozent an Nettogewinnmarge. Dann gab es natürlich auch sehr häufig Jahre, in denen überhaupt gar kein Nettogewinn erzielt wurde, weil eben die Branche sehr zyklisch war, nicht irgendwie abhängig von der Konjunktur, sondern zyklisch im Sinne von, dass natürlich in der Zeit, wo ein Videospiel entwickelt wurde, meistens kein Geld verdient werden konnte. Dann gab es den extrem großen Release jedes Mal, es wurde sehr viel Gewinn erzielt und dann ist das Ganze wieder in den nächsten Zyklus gewandert. Das kann man auch sehr schön sehen, zum Beispiel hier noch im Jahr 2012, schaut mal hier, ja negative Nettogewinnmarge, minus 13 Prozent und dann kam im Jahr 2013 zwar GTA 5 raus, allerdings erst Ende des Jahres, deswegen war das Geschäftsjahr 2013 noch nicht so wirklich profitabel, aber dann hier 2014, schaut mal hier, die Nettogewinnmarge dann von 15 Prozent, ja. Und wenn ihr euch jetzt Nettogewinn auch anschaut, 360 Millionen Dollar für das Geschäftsjahr 2014, das war dann lange Zeit auch ein Rekord und schon im Jahr 2015, 16, 17 ist natürlich jede Menge Entwicklung wieder in andere Spiele und so geflossen und schon war man wieder eigentlich in den ursprünglichen Rhythmus verfallen. Aber das ist eben seit 2017 nicht mehr so und es liegt vor allem daran, dass halt immer mehr Gewinn gemacht werden kann von jedem Dollar an Umsatz und zwar, weil eben nun mal immer mehr und mehr digital geshoppt wird und auf der anderen Seite aber auch und das sehen wir sehr schön im aktuellen Geschäftsbericht und das ist hier ein Bereich, der sehr stark gewachsen ist und zwar Recurrent Consumer Spending, also wie so eine Art Abonnement, zum Beispiel durch GTA Online und andere Online Formate, dass also ein Spieler nicht einmalig Geld für ein Spiel zahlt und dann das Spiel irgendwie in seine Playstation packt und jahrelang damit spielt und dann kein Geld mehr ausgibt, sondern dass er regelmäßig in wiederkehrenden Abständen immer und immer diesen Umsatz bringt dem Unternehmen. Und das macht mittlerweile 63 Prozent des gesamten Umsatzes aus, ja und das ist natürlich interessant und ist eben auch das Investment Case, was meiner Meinung nach auch weiterhin in der Zukunft noch sich verbessern wird. Und das hat jetzt eben zu einer Nettogewinnmarge von 17 Prozent geführt, aber Take-Two Interactive, da darf man sich auch gar nicht zu viel auf den Nettogewinn konzentrieren, ist vor allem ein sehr Cash produzierendes Unternehmen mit sehr, sehr, sehr guten Cashflow Ergebnissen. Wenn ihr euch jetzt hier zum Beispiel mal in dieser Präsentation ein bisschen weiter runter bewegt, das werde ich jetzt kurz machen, dann sieht man hier, dass, schaut mal hier, wenn ich jetzt den operativen Cashflow, also das, was sie tatsächlich an positiven Cashflow aufgrund ihrer operativen Tätigkeit erwirtschaften, war das jetzt hier für das gesamte Jahr, also das Geschäftsjahr von Take-Two Interactive ist schon für 2021 vorbei, 920 Millionen US-Dollar und schaut mal, die Capital Expenditures, also die Kapitalausgaben sind dafür halt viel, 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 viel niedriger, ja. Das ist ein weiterer Punkt, der hier eben stark für Take-Two Interactive spricht. Wenn ich jetzt, wie ich hier auf Seeking Alpha beispielsweise, auch mal den Vergleich zwischen Take-Two Interactive und dem allgemeinen Sektormedian anschaue, sehe ich eigentlich auch in fast allen Bereichen, also sowohl die Bruttoprofit-Marge hat da der Median so ungefähr 50%, Take-Two hat 60%, ja. Die EBIT-Marge mehr als doppelt so hoch wie die übliche Branche. Dann die Nettogewinn-Marge, wie gesagt, jetzt sogar hier letztens bei fast 20%, also viermal so hoch wie insgesamt und auch in vielen, vielen anderen Bereichen, Return on Equity, Return on Capital, schaut mal hier, Return on Equity, also die Rendite auf das eingesetzte Kapital der Aktionäre, ja, 20,8%, also in jedem Bereich eigentlich ziemlich interessant. Wenn wir jetzt Take-Two uns anschauen im Vergleich zu den beiden anderen Schwergewichten aus den USA, Activision Blizzard hat ja mittlerweile Electronic Arts deutlich überholt, was die Market Cap angeht. Take-Two Interactive ist noch wesentlich kleiner, also Electronic Arts ist mehr als zweimal so groß und Activision sogar mehr als dreimal so groß insgesamt. Und Take-Two Interactive ist so von, ja, KGV aktuell so eher so orientiert an Activision Blizzard und auch was jetzt Unternehmenswert zu EBITDA und so weiter betrifft und hat meiner Meinung nach aber langfristig die stärkeren Brands als Activision Blizzard. Und Activision Blizzard hat jetzt einfach noch den Vorteil, dass sie mehr Umsatz und mehr Gewinn erwirtschaften. Aber ich denke, wenn man das jetzt mal so ein bisschen langfristiger spielt, kann es sogar Take-Two Interactive gelingen, irgendwann an Activision vorbeizuziehen. Das aber nur, wenn sie es auch wirklich schaffen, neben ihren starken Brands im Konsolengaming und so und PC eben auch im mobilen Sektor richtig Gas geben. Und das wird, glaube ich, eine der größten Herausforderungen und das sehe ich auch als einer der größten Risiken, dass sie es eben nicht schaffen, vorbeizuziehen und auch nicht mehr global insgesamt der Top-Player und so werden. Nämlich, dass sie halt eben mobil eine zu niedrigere Rolle spielen und dass beispielsweise andere Unternehmen, sei es jetzt irgendwie ein NetEase oder Tencent oder wie sie alle heißen, einfach halt insgesamt erfolgreicher wird oder Sea Limited beispielsweise aus Südkorea. Ja, jetzt natürlich zur aktuellen Situation und zum Aktienkurs. Ja, da ist natürlich immer so die Sache, Leute, also es ist immer so ein bisschen so wie so Würfeln oder Kaffeesatzleserei. Wenn irgendwie der Kurs sinkt, dann gibt es aktuell halt einfach mehr Nachfrage danach, die Aktie zu verkaufen, als Nachfrage danach, die Aktie zu kaufen. Das ist der simple, einfache Grund, warum eine Aktie fällt. Und dann ist natürlich jeder immer irgendwie auf der Suche, warum ist das so? Also warum fällt jetzt die Aktie? Liegt das zum Beispiel daran, dass der Corona-Bonus vielleicht langsam aufgebraucht ist, den viele Gaming-Unternehmen noch bekommen haben und der Markt jetzt irgendwie antizipiert, dass dann nach und nach eben auch die Branche mal nicht so stark wächst und so oder dass auch die Unternehmensgewinne nicht mehr so hoch ausfallen werden. Ja, es ist ja auch teilweise so, wie wir gesehen haben, dass manchmal die Unternehmenszahlen geschlagen werden, die der Markt eigentlich erwartet hat und trotzdem die Aktien danach fallen. Ja, dann gibt es natürlich auch eine allgemeine Korrektur in den Gaming-Unternehmen in den letzten Monaten schon. Und was wir natürlich auch, ja, jetzt gesehen haben, ist einerseits die Entwicklung in China, wobei das natürlich für ein US-Unternehmen nicht ganz so relevant ist, als jetzt vielleicht für Tencent. Da sehe ich das zum Beispiel sehr kritisch, was jetzt nochmal am 30. August in China entschieden wurde, nämlich dass halt Jugendliche unter 18 Jahren nur noch drei Stunden zu ganz spezifischen Zeiten eben spielen können. Und tatsächlich denkt man sich jetzt so, okay, alles klar, na dann loggen die sich doch einfach mit dem Account vom Papa ein oder so und lasse ich meinen Sohn darüber spielen. Nein, Tencent muss jetzt tatsächlich über so Face Recognition und so daran arbeiten, dass eben diese Kinder, wenn sie eben unter 18 sind, tatsächlich nur noch diese drei Stunden spielen. Das ist auch, wenn es jetzt für Tencent beispielsweise oder NetEase jetzt nur einen kleinen Anteil der tatsächlichen Umsätze ausmacht, weil die meisten Leute unter 18 haben ja keine Kohle und geben eh nicht viel aus. Trotzdem ein weiteres Risiko, was jetzt kommt und natürlich auch das nächste schon wieder irgendwie begünstigen könnte. Also wer weiß, was die sich als nächstes da für einen Quatsch ausdenken. Ja. Und für ein Unternehmen wie Take-Two, was nun mal ein globaler Player ist, ist es natürlich auch so, dass wenn sie in China aktiv werden wollen, sie sowieso dann mit chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten müssen. Dazu werden sie gezwungen und deswegen, wenn es halt dort eben diese Limitierung für unter 18-Jährige gibt, dass die natürlich dann auch dort weniger an Ertrag und so weiter erwirtschaften. Ein anderes Risiko könnte aber definitiver sein und das ist meiner Meinung nach eine der nächsten potenziellen, ja wirklich heftigen Dinger, die kommen könnten und das würde dann eben auch sehr viel mehr auch europäische und US-Unternehmen treffen und zwar Steam von der Valve Corporation. Das ist ja in China für die meisten Leute dort ganz frei verfügbar und viele, viele Millionen Chinesen kaufen dort regelmäßig eben auch Spiele, die beispielsweise jetzt unabhängig vom Alter und so einfach eine Menge an Sexualität oder Gewalt und so weiter zeigen, die eigentlich in China gar nicht erlaubt ist. Und bisher, keiner weiß so richtig warum, hat aber die chinesische Regierung dort noch nie so wirklich einen Riegel vorgeschoben. Es könnte aber sein, dass das irgendwann kommt und das wird natürlich dann auch bedeuten, dass viele Unternehmen, sei es jetzt CD Projekt oder Take Two oder Activision und so, die halt eben darüber auch Spiele nach China verkaufen, auf einmal dann, ja, dumm aus der Röhre gucken, wenn auf einmal in der Kasse weniger Geld da ist, ja. Das könnte ein Grund sein, ich sage jetzt nicht, das ist auch einer der Gründe, warum es jetzt hier nach unten geht, ja. Man könnte auch sagen, ein bisschen tut sich so der Unmut der Gaming Community jetzt langsam immer mehr in Bezug auf die Entwicklung der Grand Theft Auto Franchises hier auf. Also wenn wir uns jetzt beispielsweise das letzte angucken, es wurde gerade jetzt hier gestern oder vorgestern ein Trailer zu GTA 5 veröffentlicht von Rockstar und da gab es jetzt keine wirklichen Neuerungen für die PS5-Version. Ich muss auch sagen, als ich mir den Trailer angeguckt habe, es ist schon ein bisschen mau, wenn man jetzt irgendwie, man würde ja vielleicht sogar hoffen, dass man vielleicht, wenn eine PS5-Version rauskommt, vielleicht irgendwie so ein bisschen die Story nochmal erweitert wird oder irgendwas Neues, ein paar neue Features richtig kommen. Aber das wird, so wie es jetzt aktuell aussieht, nicht unbedingt geben. Und dementsprechend fallen auch die Bewertungen aus und auch die Kommentare. Also der erste Kommentar, den ich vorhin gelesen habe, der war irgendwie so, ja, ich freue mich schon auf den GTA 5 Trailer für die PS6 dann, ja. Und das ist halt so ein bisschen, jetzt werden halt die Kritiker immer lauter, die halt, ja, so langsam die Schnauze voll haben und endlich auf News zu GTA 6 warten. Und ja, so ein bisschen wurde das auch jetzt geglättet durch die Gerüchteküche, dass vielleicht Remaster-Titel von den alten GTA rauskommen. Also GTA 4, GTA, obwohl GTA 4 nicht unbedingt, sondern wahrscheinlich eher zu GTA Vice City, San Andreas und GTA 3, ja. Aber auch das wurde seitens Rockstar noch nicht und somit Take-Two bestätigt. Und ebenfalls wurde halt eben auch noch nicht GTA 6 offiziell angekündigt. Und man muss hier natürlich so ein bisschen sagen, einerseits die Gaming-Community, meiner Meinung nach, sind die sowieso so ein bisschen, ja, also heulen immer rum, wenn irgendein Spiel halt unfertig raufkommt, was rauskommt, was ja vollkommen zu Recht auch der Fall ist. Aber hypen auch jedes kleinste bisschen an News sofort bis in die Decke. Und wenn dann aber keine News kommt, weil das Unternehmen sich vielleicht denkt, hey, wir wollen jetzt nicht irgendwie falsche Hoffnungen wecken, auf einen baldigen Release, ja, dann ist auch keiner zufrieden. So als gäbe es ein gottgegebenes Recht auf ein Videospiel. Gibt's aber nicht, ja. Und ich denke mir halt immer auch so ein bisschen, habe ich auch bei dem einen Video dann kommentiert, soll man doch einfach was anderes spielen so lange und dann einfach halt mal die Klappe halten. Aber nicht immer so im Internet, so überall, so diese Shitstorms. Ich finde das einfach nur lächerlich. Fakt ist einfach, ich glaube, Take-Two wird hier seitens der Gaming-Community aktuell noch keine wirklichen Probleme bekommen. Sobald also ein Trailer von GTA 6 oder ein Teaser zumindest angekündigt wird, da wird es richtig rund gehen. Das steht fest. Und das einzige Problem, was das betrifft, ist, dass dieser Unmut natürlich auch potenzielle Konkurrenten mehr und mehr auf den Trichter bringt, zu sagen, hey, wenn es eben so eine gigantische Nachfrage nach dieser Art von Open-World-Genre und Spiel gibt, dann werden wir jetzt mal da investieren. Das wäre zumindest genau das, was ich als Videospiel-Konkurrent jetzt machen würde. Ich würde massiv genau in diesen Bereich reingehen und versuchen, dort halt eben den Rang abzulaufen. Das ist so die größte Gefahr, glaube ich. Aber ansonsten wird sich diese Gaming-Community sehr schnell auch wieder umstimmen lassen, sobald irgendwie was Neues kommt, was dann eben auch cool ist. Und ja, deswegen ich bin weiterhin überzeugt, dass Take-Two in der Zukunft weiter wachsen wird. Aktuell, ich meine, man sieht es schon, sie brauchen ja noch nicht mal ein neues, großes Release irgendwie bringen. Trotzdem machen sie mehr Gewinne denn je. Es gibt nicht mehr diese Schwankungen, diese starken, zyklischen Schwankungen. Und deswegen sind für mich halt eben Gaming-Unternehmen die Konsumgüter-Unternehmen der Zukunft, die halt eben den Vorteil haben, dass sie eine Software verkaufen, die man so oft verkaufen kann, wie man will. Und deswegen eine bessere Marge damit erzielt, als mit einem physischen Produkt, wie eben einem Lolli oder irgendwie einem Eis, was man immer wieder neu produzieren muss. Und meine Bewertung, die besteht immer aus einer eher normalen, einer optimistischeren und einer pessimistischeren Prognose, die ich dann so ein bisschen gewichte, je nachdem, wie realistisch ich die empfinde. Da gehe ich jetzt hier beispielsweise in dem Medium von ungefähr einem Free-Cash-Flow-Wachstum von 10% pro Jahr aus in der kommenden Zeit. Also ich denke, das könnten sie alleine schon schaffen. Jetzt, wenn man sich die Entwicklung beispielsweise in den letzten Jahren anschaut, dann ist das durchaus realistisch und jetzt nicht unbedingt sehr hoch gegriffen, wenn ihr mich fragt. Auch wenn man halt sieht, dass sie wirklich wenig Ausgaben haben. Aktuell ist es sowieso so, man hat eine Market Cap von irgendwie 18 Milliarden US-Dollar. Davon sind alleine fast 20% Cash in der Kasse. Also sie haben fast 3 Milliarden Cash in der Kasse und dem stehen nur 150 Millionen langfristige Schulden gegenüber. Also das heißt, sehr viel Risiko macht man sowieso. Meiner Meinung nach jetzt mit der Aktie sowieso nicht, was das Unternehmen selbst betrifft und wenn dann jetzt noch eben die zukünftige Cash-Generierung erstmal von GTA 6 und so weiter dazu kommt, dann ist man hier bei ganz anderen Zahlen. Aber selbst wenn ich jetzt mit denen rechne, bin ich insgesamt bei einer Risikoforderung von 10%, also 10% will ich halt immer mindestens pro Jahr machen, weil ansonsten könnte man ja auch jeden ETF nehmen. Komme ich halt auf einen fairen Wert aktuell für die Aktie von 220 Dollar. Relativ konservativ gerechnet, ohne großartige 30-40% Wachstumszahlen und so weiter. Und ja, der aktuelle Aktienkurs liegt halt bei 153 Dollar und demnach ist meiner Meinung nach Take-Two Interactive jetzt aktuell ein Kauf. Und für mich eines der eher risikoloseren Tech-Unternehmen allgemein, vor allem wenn man es so mit anderen Branchen, die da aktuell sind vergleicht, weil ja einfach diese hervorragenden Brands bestehen, die einfach ein unglaublich loyale Fanbase haben. Also sobald hier beispielsweise in Form von Red Dead Redemption oder Take-Two GTA 5, GTA 6 ein neues Spiel rauskommt, gibt es einfach Leute, die komplett auf Autopilot sofort kaufen, ohne nachzudenken und es ist auch vollkommen egal, wie hoch dann der Preis ist. Und das ist eben unter anderem auch ein Grund für die gestiegenen Margen, weil sie können eigentlich einen Preis verlangen, wie sie wollen. Das werden trotzdem alle kaufen. Okay, das war es erstmal für meine Analyse. Es gibt wie immer natürlich auch Risiken, auf die bin ich auch eingegangen. Also mich würde es natürlich auch interessieren, was ihr aktuell zur Take-Two Interactive Aktie sagt und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video. Vergiss auf keinen Fall den Kanal hier zu abonnieren für mehr Videos und die Glocke auch zu läuten, damit du auch angezeigt bekommst, wann neue Videos hier online kommen. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.